Ich bin Lukas, 23 Jahre alt und spiele seit acht Semestern Schlagzeug bei WinSymphonica. Ich spiele bei WinSymphonica, weil ich unbedingt weiterhin auch beim Studium im Orchester spielen wollte und habe dann gleich in meiner ersten Woche ein Plakat von WinSymphonica gesehen und habe mich angemeldet und bin seitdem dabei. Ich kenne die Uni also gar nicht ohne das Orchester und es macht nach wie vor super viel Spaß. Ich finde klasse an WinSymphonica, dass wir ein selbstorganisiertes Orchester sind. Jeder kann sich einbringen, so viel und mit was er will und was er gut kann. Und außerdem finde ich das Repertoire klasse. Gerade für Schlagzeuger ist einiges dabei, immer wieder interessante Stücke und wir haben immer viel zu tun. Ich bin Lukas, 24 Jahre alt und spiele seitens. Untertitelung des ZDF, 2020